Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nightmare Reams am Ende und es geht weiter. Du glaubst du kannst das Schicksal deines Mannes ändern? Schmeichle dich ruhig mit den Gedanken, während du im Gefängnisverlies verrottest. Ge hi. Das tut das gefängnis. Familienbande, Respektlosigkeit und Treue, Nachlassigkeit, Entschlossenheit. Und dann, wenn ich die 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 Was passiert hier? Okay, tschüss. So, das klappt wohl nicht. Jetzt habe ich einen Stein. Was können diese Glühwürmchen mir sagen? So, ja. Ah, die Glühwürmchen. Das war ziemlich praktisch. Hier haben wir noch ein paar, ne? Wie mache ich das jetzt? Ja, es ist... Ja. 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 Mann! Nee, so falsch. Geh, da drauf. Geh mal, dass er groß zählere. 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 Ach, nein. Das Tor des dunklen Turms ist verschlossen, doch ich habe einen Schlitz darin gesehen. Da gehörte bestimmt eine Karte hinein. Aber warum, um mein Willen, gibt es solche Karten in einer magischen Welt? Noch seltsamer aber waren die leuchtenden Symbole, die immer dasselbe Muster anzeigten. Wolf, Schlange, Adler, Skorpion. Wolf, Schlange, Adler, Skorpion. Wolf, Schlange, Adler, Skorpion. Wolf, Schlange, Adler, Skorpion. Um uns zu erinnern, wird er dazu verdammt, ein ewiges Schachbild zu spielen, in dem Schach und Mad automatisch den Tod bedeuten. Wenn er sein Ebenbild findet, wird er den Schrottplatz des Fantasinen verlassen können. Ich kann keinen Schach... Oh nein, das wollte ich nicht drauf drücken. Ich kann mich nicht drauf drücken. Was war das? Beobachtet nicht jemand? Hm. Was war das? Das sehe ich. Okay, hinter mir gerade steckt was, ja. Komm nur da hin. Komm nur da hin. Komm nur da hin. Komm nur da hin. Hm. Wir können hier noch was machen. Wir können hier noch was machen. Wir können hier noch was machen. Hier ist alles kaputt. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.